Ich hatte die Melodie komplett im Kopf. Ich sah die Noten vor mir und musste sie nur noch aufschreiben. Wie war der Name nochmal? Mein Name ist... Reggie! Reginald Dwight? Reginald. So heißt mein Großvater. Wie wird aus einem kleinen dicken Jungen... ...ein Rockstar? Du musst den, als der du geboren wurdest umbringen, damit du zu der Person werden kannst, die du sein willst. Ich überlege meinen Namen zu ändern in Ayrton. Das ist mein Name. Ja, ich weiß. Du könntest der erfolgreichste Künstler Amerikas werden, wenn du das willst. Du musst den Leuten endlich mal auffallen! Kaufe dir irgendwas, was glitzert! Kannst du in den Dingern noch Klavier spielen? Zeig ihm, wer du bist. Und bitte, nimm nur keine Überdosis. Wie fühlt es sich an, ein Star zu sagen? Sowas hält nie lange an. Genießen wir es, bevor es vorbei ist. Wenn rauskommt, dass wir ein Bett teilen, dann war's das hier. Ich hoffe nur, dir ist klar, dass das ein Leben in Einsamkeit bedeutet. Kannst du nicht einfach nur singen ohne den ganzen albernen Glitzerkram? Die Leute bezahlen nicht dafür, wretched weit zu sehen. Sie bezahlen, weil sie Elton John sehen wollen. Entschuldige. Schon klar. Ist dir völlig egal, unter welchem Druck ich stehe. Frag mich schon. Ich kassier auch danach meine 20 Prozent, wenn du dich längst umgebracht hast. Vielleicht hätte ich unauffälliger sein sollen. Du bist so ein schüchterner kleiner Junge gewesen. Und sieh dich jetzt an. Du bist so ein schüchterner kleiner Junge.